hallo future net hallo future net vor allem deutschland österreich schweiz deutschsprachiger markt stefan morgenstern hier live das erste mal aus unserem neuen video studio wir sind jetzt umgezogen in unsere neuen büroräume und haben jetzt ein professionelles video studieren werden sehr sehr viel mit mit video kommunizieren ich freue mich riesig dass drei kollegen hier aus deutschland gekommen sind wir haben schon viel spaß gehabt heute wir haben schon brainstorming gemacht wir werden also alles für euch für den deutschsprachigen so perfekt und so professionell vorbereiten freut euch auf viele viele sachen wir haben jetzt gerade ideen geboren die wirklich revolutionär sind und wir werden das nach und nach mit euch alles teilen und ich freue mich schon riesig auf das was da auf uns zukommt und ich glaube die jungs haben auch ein bisschen was zu erzählen tommy ja hallo future net deutschland österreich und schweiz vor allem wir sind heute hier zusammen gekommen im neuen office von future net 600 600 quadratmeter über 25 leute arbeiten hier also hier ist eine reale firma und ja das ist ja nur das ja was die leute da draußen suchen und genau das bietet uns future net future net hat ein revolutionäres konzept ja mit dem mit den callen der jetzt gelauncht wird mit den ganzen anderen sachen wir haben gerade ein absolut geniales brainstorming gehabt wegen einer noch genialeren sache deswegen lasst euch überraschen und seid gespannt was da in demnächst auf uns zukommt und ja ich bedanke mich noch mal für die einladung an stefan morgenstein den einzigen natürlich auch an wo man sie mir ja den anderen CEO auf der einen seite was ihr hier geleistet habt gebracht habt ja es ist einmal einfach und findet fenomenal und deswegen vielen vielen dank stefan für die möglichkeit und ich übergebe das wort super an den nächsten danke ja sehr schön gesagt liebe grüße future net liebe grüße aus deutschland liebe grüße aus breslau die stadt ist toll future net ist toll ich freue mich hier zu sein vielen dank für die einladung stefan freue mich dich kennenzulernen persönlich alles super ich freue mich die fantastische zusammenarbeit ich bin da hundertprozentig überzeugt von weil wir haben heute schon sachen besprochen wirklich erste sahne leute wunderbar ja liebe früche net partner ich freue mich auch hier zu sein erst mal und bedanke ich mich die CEO stefan morgenstein und das die einladung und deswegen möchte ich auch noch mal herzlichen dank sagen und wir sind auch in deutschland natürlich ist persönlich für umgang zuständig und in zukunft werde ich auch webinar machen und euch informieren direkt über live webinare was hier abgeht also ich bin begeistert weil solche firma habe ich noch nicht erlebt ist wirklich top ich habe schon viele erkannt firma kennengelernt aber so ein was was hier vorgeht das könnt ihr nicht vorstellen ich bedanke mich noch mal ich bin ungarn kleines land große wirkung ihr könnt euch nicht vorstellen was sowieso ist hier gerade abgeht wir haben uns gerade ein paar einkommensbeispiele von gestern angeschaut wir hatten gestern leute die haben am tag 35 30.000 dollar verdient an einem tag nur aus der matrix aus leute schaut euch future net an wenn ihr noch nicht abgegratet seid in die hohen positionen graded ab teilt die information mit anderen das ist alles erst der anfang und das ist deine chance nutze die lasst die nicht an dir vorbeigehen und wenn ihr lust habt kommt genauso hierher schaut euch an wo was wir hier machen es macht riesen spaß auf jeden fall genau ja noch mal vielen vielen dank und vor allem danke für diese riesen möglichkeit und ja lasst uns gemeinsam gas geben future net und was ganz ganz großes draus machen alle freue mich auf dich zur Zukunft future net halleluja bei beisam der party po dzisiejszej imprezie imprezie która była zorganizowana z ogromnym rozmachem największa Das ist die nächste Impreza Future.net bis dahin. Aber in kurz werden wir uns bitten, dass wir uns auf unseren nächsten Iwenn. Gdzie es wird? Das wissen Sie bereits in kurz. Jetzt gebe ich mich zu meinem Freund, Stefan. Hey Leute, das ist Stefan und Roman zusammen von der Iwenn. Das ist unser dritten Iwenn. Und was kann ich sagen? Es war ein tolles Tag. Wir bekommen die Feedback von den Leuten. Jeder liebt das. Jeder ist so glücklich. Wir sind in der Mitte der After Party. Wir haben viel Spaß. Wir hatten so viele fantastische News. Wir werden alle News auf der Website presentieren. Alle News in den nächsten Webinaren. Join uns. Ihr seid in der richtige Zeit, in der richtige Ort. Das ist nur der Beginn der größten Iwenn. Bis zum nächsten Iwenn. Bis zum nächsten Iwenn. Bis zum nächsten Mal.